Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und begrüße dich hier bei meinem PRP5 Einsteiger-Lehrgang für PRP5. Wir sind bei der 9. Lektion angelangt und da geht es um HTML-Tags innerhalb von ECHO. Als Beispiel haben wir da die HTags. Ich habe hier also wieder ein Listing. Hier haben wir den PRP-Bereich, die hier mit dem PRP-Tag kennzeichnet. Die sind immer von der ersten bis zur fünften. Die Zeile des Lists sind, glaube ich, am zweiten, von der achten bis zur zehnten. Und da haben wir den HTML-Bereich, wie in der vorherigen Lektion schon besprochen. Und da haben wir den HTML-Tag, H3, das steht für HEAD. Und je nachdem, ob man H1, H2, H3 bis H6 will, wird der Text dann unterschiedlich groß dargestellt. Und man kann auch dasselbe, was wir in der Zeile 6 haben, nämlich den HTML-Tag, kann man auch mit PRP erzeugen, dem ich hier ECHO mache, dann eben dieses Anführungszeichen, um den Text auszugeben, und dann hier dementsprechend dann H1 aufmache den Tag, hier wieder zu machen, und dazwischen etwas in den Einschreiber. Und das entsteht dann noch drüben. Also wenn ich hier das anschaue, H1, Hallo mit H1, steht das relativ groß. Also H1-Tag ist immer etwas größer. Dann hier, Hallo Welt, wird dann dementsprechend dann wiederum anders dargestellt. Hallo 2, hier, Hallo 2, dann ist der Bereich hier, und Welt wird dann hier kleiner und kleiner nochmal dargestellt. Umgebrochen wird nach einem H-Tag, also Zeilenumbruch erfolgt dann immer nach einem H-Tag. Hier das Ganze mit H3, und das H2 und H3 ist dementsprechend unterschiedlich groß, also am größten H1, H2, H3. Hier sieht man dann das, was hier in der Zeile 6 ist, was der eigentliche HTML-Tag bewirkt wird, und hier nochmal im PHP-Bereich mit Hallo H4, und dann Welt. Das heißt, man kann in einer Echo-Anweisung, also innerhalb eines PHP-Tags, auch dann HTML-Tags einfügen. Also je nachdem, welche HTML-Tags du kennst, welche Befehle du kennst, kannst du es immer mit Echo dann auch ausgeben. Und ja, also siehst du, wie man das machen kann. Also immer ein Echo-Anweisung, dann ein H-Tag einfügen, also immer in Anführungszeichen und ein Strichpunkt, und dann schaut diese Webseite dann dementsprechend aus. Wieder der Verweis auf die Aufgabenstellung und mach das bitte durch, damit du sicher gehen kannst, dass du hier alles auch wirklich praktisch umsetzen kannst. Danke fürs Zuhören und Zuschauen!